willkommen zu einer neuen folge die simpson springfield heute kommen vier videos gerade erst nur online das ist das vierte video was erst heute online kommt wegen ich habe noch einen termin jeden freitag aber ich hatte jetzt schnell lust das noch aufzunehmen hatte noch sehr viel zeit und nehmen das dann nach meinem nach meinem wie heißt das nach meinem termin alles weiter auf da kommt noch ein video drei video fünf videos noch online sechs videos ist bitte facebook noch zu erzählt um sechs videos noch wie in das neue projekte auch noch dazu gehört also ich jetzt nicht sagen dass wir die selber rausfinden aber wenn das neue projekt heute funktionieren dann muss ich eben sonntag probieren wegen habe ich auch kein bock mehr ich werde erst mal wieder geld geld kriegen so viel geld kriegen jetzt kann ich das so jedes mal leisten neue stufe 27 und ich habe gewonnen Oh, Lenny und Carl. Warum werden sie mit China gebracht? Das weiß jeder. Und deswegen mag ich auch niemand was. Das ist traurig, aber wahr. Zum Glück habe ich das da, da kann ich so viele Menschen einfach... Guck mal, das ist glaube ich schon fast die Hälfte von allen Bürgern. Okay, einer nicht, wegen einer was anderes zu tun hat. Von den Bürgern. Manchmal werden wir nicht mehr. Warte. Leute, ihr könnt schon noch versuchen. Ja, alle haben jetzt was zu tun. Gleich wieder rüber zu meinen Nachbarn. Ja, hier Nachbarn. Zum Glück gibt er mir sofort die Häuser. So schnell geht das. Jetzt bin ich schon wieder raus. Das hat glaube ich 50 Sekunden gebraucht. Oh ne, ich brauche dann die Kurzaufgabe. Da kommen hier nochmal die 6. No, das muss ich auch nochmal machen. Die Tomato. Tomato. Ja, wenn ihr euch dieses Video gefallen, bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1, ciao! Ja, ich brauche jetzt.